Wir können Vorhand-Konter spielen, Rückhand-Konter, Vorhand-Topspin, Rückhand-Topspin. Eine Kombination aus den Schlägen können wir trainieren. Auch Rückhand-Flip und Vorhand-Flip sind möglich. Die kleine und große Beinarbeit können wir mit verschiedenen Ballwegen trainieren. Wir können uns am Return-Bord einspielen, kleine Übungen spielen, aber auch ein Technik-Training absolvieren. Positiv überrascht, wie gut man mit einem solchen Return-Bord trainiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017